und hiermit herzlich willkommen zu captain to treasure tracker mit expedition in der kugel basis noch mehr expedition ich freue mich nicht wer weiß wo der geheime pits diesmal versteckt ist für 50 münzen im ersten level war es sehr am anfang versteckt und beim zweiten genau da wo ich es auch vermutet habe das mit der laufer stelle ich mir jetzt ein bisschen extrem schwer vor du kannst ja schon mal mitkommen nein 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 das müsst ihr noch kaputt machen es ist ja dass ich ich wollte gerade sagen keine münzen geht hier mal so nicht und da kriege ich auch müssen kann ich nicht so einfach hier so stehen bleiben eine ewigkeit später ja 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 Wow! So. Ich muss das jetzt eigentlich noch so machen. Muss recht eigentlich. Okay, dann. So. Meine Nase. Oh, das war knapp. Kommt eine mit. Okay. We did it. Oh Gott. Nein. Du kommst da raus. Minzen. So. Ist hier noch irgendwas? Was? Und ja, ob er es noch mal. Na so, bis ich dort nicht durch dran komme. Okay, dann kann man ja weiter. Uhu. 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 Und auch jetzt auf 100%. So. Und jetzt das letzte von der Expedition. Expedition in Mondscheinturm. Oh ne. Ah, ist noch nicht karmik. hier. Hier geht's. Ja. He. He. Man müsste ja vielleicht hier irgendwann am Anfang was. He. 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 immer schön schauen ob hier vielleicht irgendwas ist so haben wir schon mal 15 münzen kommt ich dass da ausweichen sollten aber ich sehe nichts so alle waren eigentlich sehr nah an den rändern so so es kommt schnell mit ok hier ist nix wow ist die Fiskamik so 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 noch mal ich glaube ich habe gerade Kamek verwirrt so 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 komm mit echt jetzt wird jetzt verliegt 10 münzen nur weil ich klein bin ich hoffe das reicht alles am ende So, nur muss ich das wirklich wieder auf Scream machen. Weil ein drittes Mal habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm. Äh. Was muss ich denn machen? Nein, oh, oh, komm schon, das ist doch echt unfair, Mann. Ich mag damit nicht mehr. Jetzt kann ich wieder alles einsammeln. Ich mag es nicht mehr. Ich mache zuerst die ganzen Münzen und die Forscher ruhig mit gleich ab. Also muss ich mich erstmal nur auf eine Person konzentrieren. Hm. Oh, 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 oh. So, weil ich mich erst in Ruhe umgucken möchte, wie ich den P-Switch da deaktiviere. Na, Mist. So, of course. 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 So. 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 Leute, das Level habe ich gebrochen. Sollen einmal kurz hier beigeben. Sollen ich ihn dann mal hier verstecken. Mal die Münzen hier oben freigeben. Ist hier noch irgendwas? Oh, vergiss es. Das nix. Hier ist auch nichts. Okay. Dann schnell hier weg. Und den P-Switch aktivieren. Sollen. Sollen. Okay. Nee. Sollen. ich kann jetzt hier im blau hier ist nichts okay jetzt komm ich denn da ein Ach, von hier aus komme ich da rein. Okay. Oh, der Hammer-Torch steckt da oben fest. Ne, 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 ne. Nein, 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 nein. Nein. So weg mit euch. Halleluja. Hallöchen. Komm mit. So. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Hoffe ich mal. Ich brauche 23 Minuten für zwei Level. Oh. Er hat einfach mit Bravour überstanden. Okay. Gut, dann geht es in der nächsten Folge mit der Flucht des Mumiatos weiter. Ich sage jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Captain Torch auf Rega Treasure Tracker. Bis dahin. Tschüdelü.